Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, in der letzten Folge haben wir hier die Festung erfolgreich abgeschlossen. Alles gekillt, alle Schätze geholt, passt. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir doch zum Fragezeichen weiter. Dass wir hier langsam, aber sicher mal das Gebiet hier vollenden können, oder beenden können. Ich weiß ja nicht, was noch alles kommt. Aber ich denke mal, dass wir es bald haben müssten. Dieses Gebiet, ein, zwei Folgen vielleicht noch. So, wo ist das Fragezeichen? Dort hinten 170 Meter. Ist auch wieder ganz schön, eine kleine Siedlung oder sowas. Hier scheint es anscheinend... Nichts zu geben, oder? Das Gold des Vaters. Plündere die Truhe. Mein Herz, ich habe den Rest des Goldes meines Vaters in der wilden Abseits des Hofes versteckt. Komm zu mir, wenn du zurück bist. Ich werde dich hier warten. Okay, machen wir doch gleich mal. Komische Ort hier. Okay. Oh. Das muss doch hier oben sein, oder? Rechneradarmäßig müsste es hier oben sein. Schlacht würde erstmal ist besser. Ok, abgeschlossen. Gibt es hier nichts mehr? Ok, hier oben ist nochmal ein Fragezeichen. Hier ist nochmal ein Fragezeichen. Ok. Das ist ja noch so viel eigentlich. Dann werde ich mir erstmal den Aussichtspunkt. Und dann werden wir uns hier noch ein bisschen genauer umschauen. Mal synchronisieren. Ja, das ist da oben. Dann sind wir auch schon den Haufen, wo wir dann rein springen werden. Ja. 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 Geiles Gebiet. Wir haben einen Fähig getrunken, der nicht verwendet ist, ok? Okay. Okay. Jetzt haben wir hier wieder Fragezeichen. Mein Gott. Na komm, wir lassen. Machen wir erstmal die hier. Dann gehen wir hier hoch und dann hier so rüber. Hier so lang. Hier war auch schon wieder Fragezeichen. Okay, das dauert doch noch ein bisschen länger wie ein, zwei Folgen, glaube ich. Tal der Nüfe. Okay, dann gehen wir da hin. 600 Meter. Da würde ich gerne das Pferd tun, aber ich glaube, das ist das Selbstbord hier. Das ist doch schon wieder die Höhle, wo wir vorher den Kampf hatten, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Das ist einfach nicht mitnimmt. Unterm Rennen. Reiten wir los. Okay, das ist schon wieder so ein Lager. Wieder so ein Scannen mal. Ist jetzt kein Epischer dabei oder sowas. Müsste es eigentlich locker gehen. Wenn ich den Headshot gebe. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Dann komm mal her und guck mal nach, wer da was da ist. Du hast doch bestimmt irgendwas gesehen. Ja, dann komm doch mal her. Dann komm du her. Dann komm du her. Nee, kann ich dir einfach reinrinnen und wegballern. Dann komm ja mal her. So. Holla. Der Schuss kam von hier. Ich weiß, wo der Schützer steckt. Der Schuss ist nicht ungeschickt. Komm, den drehst du mal so. Eine müsste noch leben, oder? Die sind alle down, oder was? Okay. So, ging ja schnell jetzt. Okay, haben wir den Ort auch? Sehr schön. So, okay. Dann stoppen wir uns die hier. Oh, was ist denn? Bewegung! 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 HALT! Malaka! Ich könnte eigentlich mal schauen für die Ausflüge. Wir haben schon einiges wieder bekommen. Ich glaube Füße haben wir sogar bekommen. Ja, blau. Sehr schönen Jägerschaden. Dann was haben wir hier bekommen? Die habe ich eigentlich erst aufgerüstet. Die wäre auch schon wieder besser, ey. Kriegerschaden, Attentatsschaden. Okay, lassen wir das mal drin, ne? Für Attentat. Was können wir hier machen? Oh. Oh, die ist gut. Dann probieren wir die aus. Gleich besser. Aber ich glaube, ich warte noch mit ihr. Okay, dann gehen wir gleich hier hin. Ja, das gehört jetzt schon zu anderen. Okay, das wäre 14. Aber da gehen wir noch nicht hin, da haben wir noch nichts. Wir machen hier weiter. Wir wollen erst ein Gebiet komplett machen, bevor wir wieder das nächste hier beginnen. Los geht's. Los geht's. Los geht's wieder hoch, oder? Okay. geekloch ambition Was ist das? Was haben wir eigentlich schon Holz? Wir könnten eigentlich unseren Bug wieder... Oh, da können wir schon was machen. Das machen wir schnell noch. Ich wollte nämlich hier, dass wir den vierten Boots mal anhören können. Das machen wir jetzt gleich mal. Das müsste es hier auch frei sein, genau. Und hier ist jetzt schon alles drin. Schusskonzern, die wollte ich haben. Genau. Wer schon. Wer ist das hier? Oh, 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 oh. ich denke auch wenn der kiste das und schnappen wir uns gleich hier bärenhöhle ok Wer liebt denn noch? Eifertier erledigen hab ich doch schon gemacht oder? Wo kommt der erst noch? Hallo Eifertier? Hallo Eifertier Okay das war das Alphatier Deren Hülle abgeschlossen sehen Sehr schön So Nächste Frage ist hier Irgendwie kommt nur mehr dazu statt weniger Ja 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 Hier ist ein Banditenlager Hier sind ein paar Gegner mehr aber ist auch glaube ich nicht so das Problem Ich muss rausfinden was das ist Ähm Das sollte ich mir mal ansehen Was? Wo kam das gerade her? Nee Ach komm Vollgas Ja 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 Das war's für mich. fertig oder was es gibt schnell das ging jetzt schnell wenn alle fragezeichen so schnell gehen würden wir schon in diesem fall noch quest Was ist das? Höhle des Kratos Schätze plünen Anführer der Sippe töten, okay Höhle des Kratos Da sind wir gekommen Hier müssen wir hin Oh, was ist denn jetzt Nein, meine Damen und Herren Wurde jetzt nicht Wurde jetzt nicht Ich habe niemand gemerkt Oh, was ist denn Oh, was ist denn Oh, was ist denn kriegen scheint eine riesen höhle zu sein hier denkt man es könnte ein bisschen dauern muss wir hier die schätze haben dass wir kommen hier unten ist einer wo den ersten ach das aufheben mann aufpassen sie ist mit mir alles Einer müsste doch da sein. Da drüben war nix mehr, da oben ist auch nix mehr und dann haben wir einen übersehen, dann haben wir einen übersehen. Wahrscheinlich wo wir die Schlucht drunter gesprungen sind. Aha, ok. So, ok, wir kommen jetzt wieder hier raus, gibt es hier einen anderen Weg oder müssen wir einen kompletten Weg zurück gehen? Da gibt es ja keinen Weg raus, oder? Ich glaube, ich muss den Weg zurück gehen. Ich glaube, ich muss den Weg zurück gehen. Ah! Ok, hier kommen wir gar nicht raus. Ok, hier kommen wir nicht raus. Das heißt, hier ist aber vom Tunnel, also vom Wasser her ist hier auch nix mehr, oder? Ok, das heißt, hier muss der Weg raus gehen. Ich muss mal gucken, wo? Oh! 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 Sieh hinten war glaube ich nix mehr, oder? Wollte einiges übersehen. Oh, Wahnsinn. Na, hier schnellst du raus zu gehen, oder? Hier war noch nix. Okay. Ihr Ohrenschlag verfügbar. Ja, ich weiß, die machen wir jetzt aber noch nicht. Wo bin ich denn jetzt? Oh, bin ich schon im anderen Gebiet. Hier will ich noch nix hin. Na, hier will ich noch nix hin. Wir wollen jetzt erst mal hier hin. Wo es cool ausschaut. Aber... Noch nix für uns. Also rein theoretisch schon bloß. Jetzt noch nicht, jetzt will ich erst mal das Gebiet hier fertig machen. mit mir im Moment dieucien kommen. Oh nein. Wie siehst du dennigst? Ho ganz nix. Huh? 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 Alter, hier ist ja so viel zu tun. Hier ist ja so viel zu tun. Was? 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 Los! Los, mein Hütehü! Wir haben noch keine Zeit. Das könnte ein bisschen haarig werden. Hier gibt es auch wieder Befehlshaber. Oh, fünf Kultisten waren. Oh. 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 Das ist so ein Scheiß, guckt Hüstenloch, oder? Das ist so ein Scheiß. Das sind gleich drei. Alter, Später. Das ist so ein Scheiß. 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 Und... Oh, soll ich denn da bekommen? Einen schönen Helm. Aber leider nur ein Blau, oder? Aber der ist besser. Kriegerschaden. Kriegerschaden 8%, Kriegerschaden 10%. Plus 4% mit Dolchen. Ich warte lieber noch. Okay, dann schauen wir doch mal. Das ist die Tafel und wir brauchen noch einen Schatz. Die ist auf dem Weg. Sehr schön. Die ist auf dem Weg. Der ist auf dem Weg. Was ist das? Ja, der gibt mir Giftschaden, ne? Giftschaden ist natürlich schon nice. Ich hab hier auch schon was Neues. Okay. Gut, äh, Fragezeichen mäßig ist nur noch das jetzt hier. Okay. Das machen wir auch schnell noch. Boah, wann können das Rätsel denn nicht rufen? Warum ist der genau jetzt so hinrätten? Oh, der, der, der rennt. Der rennt dann in das andere Gebiet rein. Die Hirsche mich da mal angreifen. Na, könnten wir dann porten oder so. Ah, wo ist hier so ein Lager? Lager der neuen Wiege. Ah, da sind schon ein paar. Was ist das für ein Geräusch? Ich lasse dich nicht aus den Augen. Mach bloß! Ich lasse dich nicht. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Stöp, du fuhl, ilendiges! Damn! So, ein Schatz müsste doch hier sein. 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 sehr schön so damit haben wir hier letztendlich glaube ich alles freigeschalten ist jetzt noch hier ein aussichtspunkt und hier ist folge urakel von delphi aber das haben wir schon gemacht oder okay ich würde sagen wir könnten uns hier ja porten und dann könnten wir die festung noch machen und dann die letzten vier fragezeichen und dann können wir die quest hier noch machen dann ist das gebiet eigentlich so weit durch würde ich sagen schauen wir uns aber der nächsten folge an leute ich würde mich freuen wenn ihr wieder dabei seid und vielleicht schaffen wir das ja alles in der nächsten folge ich weiß es nicht vielleicht brauchen noch zwei folgen müssen wir schauen wie es uns ausgeht okay dann würde ich sagen bis zur nächsten folge ciao euer andy und 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 Untertitelung des ZDF, 2020